Musik Was ist heute mit der Blippe? Musik 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 Wir sind heute jüdisch, da jüdisch. Hier brecht man die historie. Man brecht die historie, man macht die historie, man begrabt die historie. Man feiert sich mit der historie. Wie soll man feiern in jüdisch? Man feiert die historie. Ich sitze hier mit einer guten Frau, Ruchi Freier. Bald auf meine Riefen, der Judge, Freier. Und sie geht dann an der Schreifete, der Richterin. Du, in die Neue Städte von Amerika, wäre gechulend in Europa, als es gekommen ist, eine heimische chassidische Frau von Borenpark, in New York zu errichtet. Und das ist auch die Gleichung, weil in Amsterdam, ich bin sehr stark als die heimische Education. Jeder ist frei, Ruchi Freier zu errichten. Aber man darf auch verstehen, wie es sich umgekehrt wird. Die Arbeit ist schwierig, die Arbeit wird gelernt. Und es ist die selbe Schleichung auf einem anderen Weg, was ich, die zu bringen, die Jünger sich herausgeben, seine Talente und lernen. Und jetzt, ich will mal ein Stückchen schmissen, es ist ein bisschen ungezeugt, es ist in 15 Minuten, ich werde George Fader anschweren. Ruchi, gib ein bisschen raus, deine Gefühle auf Jüdisch, die Jüdische Sprache. Jüdisch, es ist ein bisschen schwer, Jüdisch. Ein bisschen schwer geht, aber nicht ruhig, muss ich hin. Aber ein bisschen Jüdisch, einfach. Ein bisschen, ja, okay. Ich würde sagen, Jüdisch, Jüdisch, es ist wichtig. Und was du, wie du bist, wie du bist, behalte uns. Keep dein Weg, weil mit der Eibischte's Hilfe, wenn du hart wirst, 10 Mismen, auch die Kinder der Barsche. Auf der Greenen Dollar steht in Amerika in Gadwee Trost. Das ist von sich. Das haben wir betuchen. Was können Sie mehr mit dem? Jeder hier hat betuchen eine Tasche, wenn ich die Greenen Dollar habe. Ich habe noch eine Frage, ich sage, es ist doch geöffnet, das Zule von Frauen. Ja. Ist die Plan, das uns hier halten? Ja. Fürsure. In Sommer, ich sage Frauen, ich sage Valentieren, jeder hat meine Hälfte aufs sage. Ich habe mir auch gehalten. So, ich werde, was ich kann, das Beste, und alle anderen, und alle anderen. So, wir reden von einer jüdische Mama, jüdische Mama, sie ist der Beste auf der Welt. Sie geizt an einer Richterin, in mich spät und wissen, sie zeigen immer, wem hat das Geld. Sie macht auch eine Zule für Frauen dort in Boer Park. Sie sagt, sie hat noch eine Heilige, aber ich weiß, sie ist von den Gründern, sie ist gut stark, im Wasser, im Feuer, wo sie gelaufen für die Kinder, am Sprache mit Kinder. Sie hat Liebe jeden, bei Sinder. In den Kirchen sieht es so viel, jeder einer weiß, und sie geht sich weg von ihnen, also mit Blit in Schweiß. Sie ist Mama, mit Steyr, sie geht die Historie, Hand und Zahn. Sie heißt sich, und eine neue Sache, in es fuhr, eine neue Bahn. Sie ist in der Kirchen, sie ist in der Kirchen, und sie ist in der Kirchen, in Frieden statt. Sie ist in der Kirchen, Sie werden alle Götten, sie laadt, Sie werden von dem Ruhig, jede Jüdische MAMMEN! Bald darf ich hier riefen der Mama, a George, United States of America. Geh mal an Brüche, geh mal an Message, ein Message von Liefer. Continue doing good work, continue inspiring people, have a good hash board of Jidda Shikinda and we should cheer some christen. Oh mein, wir sind da heute. Wir sitzen hier mit der Kusche, einer von den größten Magidern in der ganzen Welt, und es heißt aber, Pesach-Kraun. Jetzt, also, wenn ich die Gelegenheit mache, wenn wir gleich anschweren, nach jüdischen Richtern, aber ich habe die Gelegenheit, in Pesach zu verfahren, ich will hier nach Wort, wenn wir spielen können, für den heimischen Ölüm. Wo sucht ihr? Oder auf die Meere oder auf Haneke? Ich will nur sagen, als der größte Kovid zu sein, wir sind in der Beis Mishpa, in Brooklyn, heint und abends geht mit einer Heilige Sache, und geht in Stolen, das heißt, geht reinstellen, die Aufrei und das ist der Böber wachsidista, wo es keine, wo es nicht vorgestellt hat. Es ist kein Zahnar, es soll sein, es soll sein, a Judge in a Civil Court, da in Brooklyn, a Hamish Afrei, was er gettun, Und was ich trage, das ist das See, es ist proper, es soll kommen nach die Zeit von Chanukah. Weil wir wissen, Chanukah, da macht man etwas zwischen Bessama und Bessila. Bessama sagt man leicht acht, neres und dann sieben und all the way down to one. Aber Heila sagt man geht eins, zwei, drei, Möisse für Heilig. Möisse für Heilig macht alles besser, alles höher. Und jetzt, als man sieht, was er freu kann öffnen, hier in Amerika, und das ist eine Sache, die man sich nicht vorgestellt hat. Das ist eine Sache, die meisten von Heilig. Und man muss sagen, in Mosheu, in Schöftem, in den Novi Schöftem, das ist eine Sache, was sie gewinnt auf Freu. Dweire, dweire Eiches Lapidus. Und sie hat öffnet größere Sachen, was klar ist, was er sich vorgestellt hat, dass in uns, in unserer Tür, kamen euch das tun. Und ich hoffe, dass Mrs. Ruchy Freier wird sein, die freu, was sie machen, was sie machen. Und wir wissen, dass jeder freu kann sein, dass sie sein, der Hero. Sie freuen sich, dass sie in der Tür, sie sind in der Tür allein, und sie sind in größeren Mamas und Klage Israel. Sie tun auf in der Tür weg. Und sie tun Menschen, was sie öffnen, in einem öffentlichen Forum. Jeder hat seine eigene Arbeit, der Hashem. Seine eigene Lampe. Seine eigene Lampe, genau das ist, was Hanukkah ist. Und wir müssen uns helfen, alles machen, was sie machen. und die Welt, was sie kennen. Und meine lustige Schöner, der Peserkran. Und dann finden wir nicht darin, geben wir an Schweden, das erste heimische Richter in Dünn Amerika. Han Brechtmann Historie. Auf Freilichen Hanukkah! Ich, Rachel E. Fryer, hierbei affirm, hierbei affirm, dass ich die Constitution, dass ich die Constitution, der Vereinigten Staaten, der Vereinigten Staaten, der Vereinigten Staaten von New York, und der Vereinigten Staaten von New York, und dass ich faithfully, discharge die Duties of the Office, discharge die Duties of the Office, in der City of New York, in der City of New York, according to the best of my ability, according to the best of my ability. Maska! ... Fork Pottery, of God Bless America. Gott, Mensch Amerika Those land Wutsich Liebe Lieb, steigt hier satt, in hier du zweckwass. Doch die Nacht mit dem Licht findet heig. 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 Das ist die Nacht mit dem Licht finden hewig. dwell die nacht mit dem Licht findet heig.